Hallo, wir sind Matthieu und Valentina. Heute wollen wir euch den bekanntesten deutschen Philosophen vorstellen, Immanuel Kant. Kant wird von vielen als der wichtigste Philosoph überhaupt bezeichnet. Selbst 200 Jahre nach seinem Tod werden seine Schriften immer noch diskutiert. Aber was macht ihn so wichtig? Für Kant gibt es vier Fragen, mit denen sich die Philosophie beschäftigen soll. Was soll ich tun? Was kann ich wissen? Und was darf ich hoffen? Aus diesen Fragen ergab sich für Kant seine zentralste Frage. Was ist der Mensch? Was soll ich tun, war Kants Frage nach der Moral. Er beantwortete die Frage mit dem kategorischen Imperativ. Das bedeutet, handle ich so, dass man deine Handlungen zum Gesetz machen könnte. Der zweiten Frage, was kann ich wissen, widmete er sich in seinem berühmten Werk, Kritik der reinen Vernunft. Die Erfahrung der Subjekte, also der Menschen, am Objekt, also den Dingen, ist durch das Subjekt beeinflusst. Das Ding an sich existiert unabhängig vom Subjekt. Was man hoffen darf, bezieht sich vor allem auf die Frage nach Gott. Man könne die Existenz Gottes nicht durch Wissenschaft erklären, sondern nur durch das Prinzip der Hoffnung. Die Frage nach dem Menschsein beantwortete Kant als eine Wechselwirkung von physikalischen und biologischen Grundgesetzen und Geistigem. Nur im Geistigen hebt sich der Mensch vom Tier ab. Kants Thesen zogen eine gesamte philosophische Richtung nach sich. Die Kantianer. Und nicht umsonst. Kants Schriften leiteten den Idealismus ein und entwarfen einen neuen Blick auf die Philosophie. Wir geben Kant vier Sterne in aktueller Relevanz, fünf in philosophischem Einfluss und vier in Komplexität.